Was haben die Leute eigentlich damals über Sex gedacht? Also Sex, ja, das ist was Göttliches. Bist du sicher? Natürlich, also diese ganzen Sachen, die alles Schweinkram sind und so weiter, das haben sich bestimmt erst diese Religionen ausgedacht. Heilig ist die Erotik. Ja, oder unheimlich. Ist der Himmel weiblich? Nö, 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 der Himmel ist männlich. Aber die Sterne? Ja, die auch. Und der Mond? Ja, der ist weiblich. Und wieso heißt er dann der und nicht die? Äh, ähm, frag die Götter. Ja, der ist die, die Götter. Jeräten, der ist ja auch nicht die Götter. Ich bin ein, die Götter. Aber das ist ein, die Götter. Ja, der ist die Götter. Ja, der ist das hier. Und ich bin ja auch nicht die Götter. Und da ist der Götter.